Hey, Johannes hier für den Notebooksbilliger.de Blog und wir haben hier auf der CES 2013 das neue Sony Xperia Z, das aktuelle Flaggschiff von Sony, wurde heute vorgestellt. Wir haben hier ein 5 Zoll Display mit einer Full-HD-Auflösung, 2 Megapixel-Kamera vorne und auf der Rückseite eine 13 Megapixel-Kamera. Das Schöne hier ist, vorne Glas, hinten Glas, wirklich ein sehr schönes Design. Schauen wir uns das mal von allen Seiten an. Da haben wir auf der rechten Seite einmal den Einschaltknopf, die Lautstärke-Taste, auf der linken Seite den Micro-SD-Kartenslot, um den Speicher zu erweitern und oben den Anschluss für den Kopfhörer. Und das Besondere ist, es ist auch noch wasserdicht und staubgeschützt. Also wir können es jetzt einfach hier ins Wasser werfen und es passiert nichts. Das ist also das neue Sony Xperia Set.